Ich begrüße Sie Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Club 3, diesmal mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Willkommen. Grüß Gott. Und die Fragen mit mir stellen Eva Linsinger vom Profil und Erich Vogel von der Kronenzeitung. Hallo, freut mich. Herr Wöginger, dieser Tage gibt es eine russische Teilmobilmachung. Müssen wir uns auf wirklich harte Zeiten einstellen? Wir erleben jetzt seit 24. Februar einen tragischen Angriffskrieg durch Putin auf die Ukraine, der auch schreckliche Auswirkungen hat auf ganz Europa. Und jetzt wird da von Putin noch etwas draufgesetzt, was insgesamt schrecklich ist. Wir bereiten uns bestmöglich vor auf die kommenden Monate. Unsere Gasspeicher sind zu über 70 Prozent gefüllt. Und wir unterstützen die Menschen so gut wir können mit finanzieller Unterstützung. Und natürlich auch, dass wir den Standort und die Arbeitsplätze bestmöglich absichern. Und das tun wir daher, muss sich niemand fürchten vor dem Winter. Wie wird denn der Winter werden? Österreich kann jetzt natürlich nicht beeinflussen, was Putin macht. Aber was wird konkret passieren? Werden alle mit dicken Bullis da sitzen? Wird es 19 Grad haben in Ämtern? Werden Skigebiete geschlossen haben? Müssen Thermen zusperren? Womit rechnen Sie denn im Winter? Also wie gesagt, wir haben unsere Gasspeicher gut befüllt. Österreich ist ja Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir sozusagen einen ganzen Jahresverbrauch an Gas einspeichern können. Die Betriebe, die großen Betriebe haben da auch kräftig mitgeholfen. Und wir können garantieren, dass wir jedenfalls durch diesen Winter kommen. Also es wird niemand frieren müssen. Wir werden überall heizen können. Aber natürlich ist es sinnvoll auch einzusparen. Auch beim Strom, wir kennen die hohen Preise in diesem Bereich. Und daher ist es natürlich schon auch wichtig, dass wir zu meinen unterstützen. Mit Maßnahmen wie jetzt der Klima- und Antiteuerungsbonus gerade ausbezahlt wird. 500 Euro für jeden Erwachsenen, 250 für jedes Kind. Aber es ist natürlich schon auch sinnvoll, wenn man auch einsparen kann. Ich mache das bei mir zu Hause, wenn ich daheim bin, dass man einfach einmal auch die Lichter überall abdreht. Wir sind noch in einer Generation groß geworden, wo die Oma noch gesagt hat, jetzt trat das Licht ab. Und ich praktiziere das zu Hause auch wieder. Heizen Sie schon? Nein, ja, Kachlöwen. Wir haben zwei Kachlöwen im Haus und die werden geheizt. Aber die Heizung ist noch nicht eingeschaltet. Das heißt, die Tipps von der Frau Gewessler, um da anzuknüpfen, und da hat man sich vor allem mit ihr ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sie gesagt hat, ja, dann duscht es halt weniger lang oder dreht es alles ab. Und bei der Pressekonferenz sind auch für sie sind das einfache, aber nützliche Tipps, die sie den Menschen so auf den Weg geben. Unabhängig davon, ob die jetzt sich das leisten können oder nicht. Es ist ja ein Unterschied, ob ich habe eine riesengroße Wohnung mit fünf Kindern oder ich bin ein Single in einer 50-Quadratmeter-Wohnung im Oberbezirk. Da habe ich es natürlich leichter. Ich halte da weniger von Einzelmaßnahmen, sondern ich glaube, man muss den Blick aufs Gesamte haben. Und das beginnt natürlich im öffentlichen Bereich, in den Städten, in den Gemeinden, aber natürlich auch im privaten Bereich. Und ich glaube, wenn die Menschen insgesamt, und das tun sie aus meiner Sicht auch, daran denken und sagen, und überall, man kann in jedem Haushalt, da bin ich überzeugt davon, auch etwas Strom einsparen, ohne dass ich frieren muss, oder ohne, dass ich jetzt verzichten muss, auf irgendein Gerät einschalten zu können. Aber ich glaube, wenn man da wirklich aktiv auch dran denkt, dann glaube ich, ist schon etwas möglich, auch hier einfach auch einzusparen. Jetzt haben Sie den Klimabonus genannt. Man hat den Eindruck, die Regierung schüttet unfassbar viel Geld aus, eigentlich bis vor kurzem in unvorstellbarem Ausmaß. Und trotzdem gibt es so eine Unzufriedenheit. Jeder, also man sieht es auch auf den sozialen Medien, wir sehen es als Feedback von unseren Leserinnen und Lesern, dass man sagt, hast du den Klimabonus schon gekriegt? Ich nicht. Und was macht die Regierung da wieder an Blödsinnigkeiten? Und ich kriege ihn doch eh sicher nicht. Also da ist irgendwie ein Gefälle. Wie können Sie das überbrücken? Es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Und es ist auch noch nie da gewesen, so wie der Klimabonus und dann die Teuerungsbonus, dass an die gesamte Bevölkerung sozusagen hier Beträge überwiesen werden. Und ein kleiner Teil bekommt das mit RSA-Brief, also wo keine Kontoverbindungen da sind. Aber die gesamte Bevölkerung. Das heißt, wir sprechen hier von knapp 9 Millionen Menschen, die insgesamt entweder 500 Euro als Erwachsener oder 250 Euro pro Kind erhalten würden. Und das ist nur eine der Maßnahmen. Sie sprechen ja das richtig an. Wir haben die Familienbeihilfe, die zusätzliche im August ausbezahlt. Die Pensionistinnen und Pensionisten haben jetzt einen Zuschuss bekommen, den die Arbeitnehmer dann mit der Veranlagung nächstes Jahr geltend machen können. Also es ist eine Fülle an Maßnahmen. Dann wird die kalte Progression abgeschafft, die seit Jahrzehnten diskutiert wird. Also wir bringen insgesamt über 50 Milliarden in den nächsten Jahren auf den Weg, um hier den Menschen rasch zu helfen, weil es notwendig ist, weil das Einkaufen teurer geworden ist und weil die Menschen natürlich auch darunter leiden. Aber Österreich wendet hier am zweitmeisten Geld auf im europäischen Vergleich. Wir sind hier nach Luxemburg und Luxemburg hat bekanntlicherweise ein paar hunderttausend Einwohner. Also wir geben hier am zweitmeisten aus. Aber ich will da gar nicht damit prahlen. Es ist notwendig, aber die Menschen können sich darauf verlassen, dass das Geld kommt. Wir sind noch mitten in der Überweisung, aber wir bringen dreimal so viele Überweisungen zustande pro Tag, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Und wie gesagt, im Vergleich sind wir ganz oben. Aber ist nicht auch, Entschuldigung, da kursiert auch das böse Wort von der Überförderung, dass da eine Gießkanne ausgepackt ist und das eigentlich zu viel ist. Und die Falschen es kriegen vielleicht zum Teil. Wenn man schnell helfen will, muss man in die Breite gehen. Und wir haben uns bemüht, das auch noch sozial zu staffeln, nämlich bei den Besserverdienenden, dass hier das in die Steuer eingerechnet wird, automatisch nächstes Jahr bei der Veranlagung. Aber wenn man schnell helfen will, muss man in die Breite fördern. Zum Beispiel bei den Pensionisten haben wir eine Gruppe herausgenommen, zwischen 1200 und 1800 Euro, die mit 500 Euro zu unterstützen. Warum? Weil wir die Mindestpensionisten, die also bis 1000 Euro Pension haben, denen hat man 600 Euro im Bar bereits überwiesen. Und jetzt ist man hergegangen und gesagt, wir müssen auch jene, die knapp darüber sind, auch einen Zuschuss geben, weil die natürlich auch besonders betroffen sind. Wäre es gescheiter gewesen, manche dieser Leistungen trotzdem sozial treffsicherer zu machen? Sie kennen die Zahlen, wie viele Leute gefährdet sind, in die Arme zu rutschen, wie viele bei den Sozialmärkten anstehen. Also logischerweise trifft die Inflation die Teuerung untere Einkommensbezieher stärker, als welche, die es besser haben. Wäre es gescheiter gewesen, da mehr Geld auszugeben und dafür bei den oberen weniger? Das haben wir gemacht. Wir haben dort begonnen, bei den, wie Sie sagen, richtigerweise niedrigen Einkommen. Also nehmen wir das Beispiel Mindestpensionistin her, wo wir ungefähr 240.000 haben in Österreich, also die eine Ausgleichszulage haben, damit man auf 1.030 Euro als Einzelperson derzeit kommt. Dort kommen zwei Monatspensionen netto dazu. Wenn man alles zusammenzählt, das ist ja eine Fülle an Maßnahmen und das ist gar nicht so einfach, das auch zu kommunizieren und darzustellen. Aber die haben zum Beispiel 600 Euro Cash bekommen. Der Klima- und Antiteuerungsbonus von 500 Euro ist auch dabei. Die Steuerreform darf man nicht vergessen, die Mitte des Jahres auch in Kraft getreten ist. Also es ist ein Bündel an die Ökostrompauschale, Elektrizitätsabgabe, der 150 Euro Gutschein bei der Stromrechnung, der automatisch abzogen wird. Und jetzt kommt die Strompreisbremse noch dazu, dass wir die Menschen davor bewahren, dass also diese überhöhten Kosten nicht finanzierbar werden. Also ich glaube, wir tun hier wirklich sehr viel und haben im untersten Einkommensbereich begonnen, den ganz stark abgefedert. Aber natürlich zum Beispiel auch dort, wo Kinder sind, diese zusätzliche Familienbeihilfe mit 180 Euro pro Kind, weil man weiß, dort, wo die Familienverbände größer sind, braucht man auch mehr Geld. Dieses Geld ist überwiesen. Und wie gesagt, das andere ist im Laufen. Wir bemühen uns, aber eines muss man auch klar sagen, wir unterstützen, was wir können. Aber der Staat wird auch nicht alles richten können. Ich habe versucht, zusammenzurechnen, wirklich ganz grob. Corona-Hilfen 40 Milliarden, Bundesheer 10 Milliarden. Jetzt die ganzen Antiteuerungspakete, erstes, zweites, drittes an die 35 Milliarden. Damit kommt Österreich ungefähr von Schuldenstand weit über 80. Wann wird denn begonnen werden müssen, das Ganze einzusparen? In Krisenzeiten ist es notwendig, dass die öffentliche Hand unterstützt. Das müssen wir tun, weil sonst haben gerade, wo wir gerade gesprochen haben, jene Gruppen, die weniger Einkommen haben. Aber auch das geht schon in den Mittelstand hinein. Wenn man jetzt Stromrechnungen oder Heizrechnungen anschaut, dann geht das auch in den Mittelstand hinein. Und da muss der Staat unterstützen und helfen. Aber natürlich, wir geben hier sehr viel Geld aus. Aber wichtig ist, dass wir einmal durch diese schwierige Zeit die Menschen gut durchbringen und unterstützen. Und auch den Standort und die Wirtschaft. Das ist ganz wichtig, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit der Wirtschaftskreislauf funktioniert, die Kaufkraft der Menschen erhalten bleibt. Ja, und wir haben gesehen, aus der Pandemiesituation sind wir wirtschaftlich eigentlich sehr stark herausgekommen in Österreich. Und das bedeutet natürlich auch wieder viel Einnahmen. Und wenn die Menschen eine Arbeit haben, dann haben sie Einkommen. Und das ist eigentlich das, was man im Auge behalten muss. Darf ich da einhacken? Bei den Pensionen, weil Sie das gesagt haben, und Überförderung. Das war allerdings schon vor dem Krieg und auch schon vor Corona. Da hat die Agenda Austria berechnet, dass wir allein zum Stopfen des Pensionslochs von 2021 bis 2025 150 Milliarden brauchen. Nur damit die Pensionen ausbezahlt werden können. Jetzt fordern die, zumindest die SPÖ-Pensionistenvertreter, der Herr Kostelger, fordern jetzt auch noch einmal 10% Erhöhung. Wie kann sich das alles ausgehen? Und wer soll das bezahlen irgendwann einmal? Ich habe selber Kollektivverträge verhandelt einige Jahre lang. Und ich halte wenig davon, hier überzogene Forderungen auf den Tisch zu legen. Ich kenne das Spiel seit Jahrzehnten. Die Gewerkschaft fordert, dann verhandelt man. Und irgendwo kommt man dann in der Mieten zusammen. Eine Inflation muss man abgelten. Aber wir haben ja bei den Pensionisten einen Wert, der zwar errechnet worden ist von Sommer bis Sommer, mit 5,8%. Und die Gewerkschaft hat ja selber vor einigen Wochen einmal gesagt, eigentlich sind es 6,3%, was die Inflation ist. Jetzt kommt man mit 10,6% daher und bei den Pensionisten 10%. Also unser Bestreben ist, und das werden wir auch tun, dass wir diese gesetzlich verankerten Werte natürlich abgelten. Und wir haben das auch in den letzten Jahren gemacht. Und wir haben immer bei den unteren Pensionen jetzt unter der ÖVP-Kanzlerschaft auch im unteren Bereich stärker angehoben und haben aber die Inflation den Pensionistinnen und Pensionisten abgesichert. Aber ich halte nichts von überzogenen Forderungen, weil wir müssen natürlich das Steuergeld auch sorgsam einsetzen. Aber jetzt sind eigentlich noch nicht einmal die Firmen drangekommen. Was machen Sie, wenn jetzt Stölzle Glas zum Beispiel, wahnsinnig gasintensiv eine Glaserzeugung oder Lansing oder die Föst, Riesenfirmen, globale Konzerne, sehr CO2-intensivste Betrieb überhaupt, die Föst. Aber was machen Sie, wenn die jetzt in eine Schieflage kommen? Was ist, wenn die androhen? Sie können ja jederzeit in Asien, Amerika oder sonst wo eine Serie Betriebe zum Hauptquartier machen. Dann gibt es natürlich auch einen Riesenabfluss an Steuerleistung. Wie muss man diese Betriebe womöglich auch irgendwie fördern? Und wie viel kriegen die dann? Und was geht sie dann aus? Vollkommen richtig. Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck in der Koalition daran, da eine Lösung zu finden. Die wirklich einfache Lösung gibt es da nicht, weil wir sehr unterschiedliche Branchen haben und die Betriebe nicht alle miteinander vergleichbar sind. Aber die Strompreisbremse für die Haushalte ist im Parlament eingebracht. Also die ist einmal da, diese 2.900 Kilowattstunden gesichert mit 10 Cent. Und das wird ja von allen Experten auch wirklich anerkannt und begrüßt. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Maßnahme für die Bevölkerung insgesamt. Und jetzt geht es darum, die Betriebe hier zu unterstützen, weil natürlich hier zum Teil die Stromkosten explodieren. Und ich kann nicht einen Betrieb, der auf einmal 10 Mal so viel Strom zahlen muss wie vorher. Die Mütterinnen müssen wir helfen. Wir sind auf Hochdruck in den Gesprächen in der Koalition. Und ich gehe davon aus, dass wir zeitnah da auch die Lösung präsentieren können. Das muss man dann auch in Europa absegnen lassen. Und dass wir dann auch rasch hier zur Auszahlung kommen können. Wo stehen Sie denn? Die Wirtschaftskammer hat gefordert, die CO2-Bepreisung angesichts der Preise noch einmal zu verschieben. Ihr grüner Koalitionspartner sagt, das kommt. Was sagen Sie, kommt die ab Oktober oder wird verschoben? Also wir haben sie ja bekanntlicherweise um drei Monate verschoben. Von Sommer bis Oktober, genau. Genau, weil uns wichtig war als Volkspartei, dass die beiden Maßnahmen, auf die wir uns verständigt haben bei der ökosozialen Steuerreform, dass die miteinander kommen. Und zwar geht es da um den Klimabonus und Antiteuerungsbonus, den wir ja dann kräftig angehoben haben, aufgrund der aktuellen schwierigen Situation. Und die CO2-Bepreisung, die ein Teil auch natürlich dieser Steuerreform ist. Das heißt, das haben wir einmal geschoben. Aber die Gesetze sind beschlossen. Und uns war wichtig, dass das gemeinsam kommt. Der Klima- und Antiteuerungsbonus von 500, 250 Euro fürs Kind ist derzeit in Auszahlung. Viele Menschen haben das schon bekommen. Und ja, das Gesetz ist beschlossen. Das heißt, es kommt ab Oktober, verstehe ich Sie da richtig? Ja. Okay. Jetzt sind natürlich auch die Energieunternehmen selbst zum Teil ins Trudeln gekommen. Vor allem die Wien-Energie, die ja eine Sicherheit von bis zu 10 Milliarden Euro vom Bund gefordert und auch bekommen hat. Allerdings nicht abrufen musste. Jetzt hat es vor allem seitens der SPÖ und der Wiener Stadtregierung große Vorwürfe gegeben, dass die Bundesregierung nicht einen Sicherheitsschirm wie in Deutschland über den Energiebetrieb aufgespannt hat. Wird der noch kommen oder waren Sie da säumig? Ja, das war ja überhaupt eine lustige Diskussion von der Kollegin Randy Wagner, weil zuerst hat sie gesagt, man sollte relativ schnell hier die Gewinne abschöpfen bei den Unternehmen. Und dann ein paar Tage später wurde dann von ihr behauptet, wir brauchen einen Schutzschirm. Also zur Wien-Energie. Also die Bundesregierung hat ja innerhalb weniger Stunden einen Vertrag aufgesetzt mit der Stadt Wien, dass wir zwei Milliarden Euro Steuergeld zur Verfügung stellen für den Fall des Falles. Und dieser Fall wird ja derzeit untersucht, es ermittelte auch die WKStA in diesem Bereich. Der Rechnungshof ist also hier auch ausgerückt, richtigerweise, weil das war schon irgendwie skurios. Und ich war bei dieser Sitzung dabei zugeschaltet an dem besagten Sonntagabend. Und man hat nicht einmal irgendwann gespürt gehabt, wie viele Milliarden, dass man jetzt da wirklich benötigt und braucht. Also daher ist es notwendig, dass man das einmal genau anschaut, was ist da passiert. Weil es ist nämlich auch nicht richtig, dass die anderen Energieversorgungsunternehmen betroffen sind. Die sind gut und stabil aufgestellt. Und daher muss man schauen, was ist da wirklich passiert. Das heißt, das Problem hat nur die Wien-Energie? Derzeit ist das so, ja. Wobei in Deutschland ja die Unip, also auch ein großes Energieunternehmen, verstaatlicht worden ist. Also das heißt, in Europa gibt es schon andere Betriebe auch, die da unter Druck geraten sind? Das ist richtig, aber daher muss man genau hinschauen, warum sind sie unter Druck geraten? Was sind die Gründe dafür? Und ja, eine wichtige Frage ist, wurde da spekuliert, ja oder nein? Und das muss man aufklären. Das Modell ist aber schon ein spezielles von der Stadt Wien, das muss man sagen. Diese Spekulation, ich nenne es jetzt einmal Spekulationen unter Anführungszeichen, dass man an der Börse handelt. Ist das überhaupt sinnvoll, dass man mit Steuergeldern da handelt, an der Börse? Die Diskussion gibt es ja auch, ob man solche Modelle nicht generell unterbinden sollte. Das ist eine gute Frage. Ich möchte aber da den Ermittlungen nicht vorgreifen. Ich glaube, es ist notwendig, dass man dann einmal, wenn alles auf dem Tisch liegt, darüber befindet, was ist da jetzt passiert oder was ist dann auch zu tun. Aber sollte wirklich spekuliert worden sein, dann ist das natürlich zu unterbinden. Wenn ich derzeit Preissituationen habe, die also abseits von jeglichen Märkten sich bewegen, dann darf man da nicht spekulieren. Und unser Bestreben war, die zwei Millionen Stromkundinnen und Stromkunden hier in den Mittelpunkt zu rücken und sozusagen für den Fall des Falles zu helfen, damit wir hier keine Versorgungsprobleme nicht bekommen. Das war unser Ansinnen. Aber wie das Ganze abgelaufen ist, das gehört jedenfalls untersucht. Wobei in der Wiener Stadtregierung die SPÖ gemeint hat, es ziemlich sauer war auf die ÖVP und auf die Bundesregierung und den Eindruck hatte, dass sie es mit zu wenig Diskretion umgegangen hat. Man hat quasi die Stadtregierung da ins offene Messer laufen lassen und da wurde auch speziell der Finanzminister Brunner genannt, dass er sie da gelegt hat. Also wir sind da zusammengekommen an einem Sonntag um 19.30 Uhr und alleine das besagte, die Dringlichkeit dieses Termins. Wer ist nicht gekommen? Die Vertreter der Wiener Stadtpolitik. Es waren zwar die Unternehmen anwesend und auch der Stadtamtsdirektor, aber es war niemand von der Politik anwesend. Aber war die eingeladene Politik? Der Stadtrat Hanke war eingeladen und hat sich dann entschuldigt. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit so dann eigentlich nicht gesagt worden. Er war eingeladen, hat sich aber dann entschuldigt, dass er nicht kommen kann. Also warum auch immer. Aber wenn ich vom Bund, von den Steuerzahlern und Steuerzahlern erwarte, dass mir jetzt geholfen wird, in einem 100% im Eigentum befindliches Unternehmen, also dann würde ich meinen, gebietet es auch der Anstand, dass man da selber hingeht als politischer Vertreter. Es war aber ausgeschildert als Energiegipfel mit allen Energieunternehmen. Ja, aber es hat ja da auch Gespräche gegeben. Die Bundesregierung wurde ja auch von wem aufmerksam gemacht, dass man hier möglicherweise Unterstützung braucht. Und das ist alles von Samstagvormittag bis Sonntagabend passiert. Herr Klopopmann, jetzt so überbaumäßig. Wir haben uns jetzt quasi Milliardenbeträge an den Kopf geworfen gegenseitig. Was Sie alles ausgegeben haben, welche Wirtschaftsbereiche gestützt werden, welche Menschen unterstützt werden. Die ÖVP hat im vorigen Wahlkampf mit dem Begriff Leistung auch geworben. Haben Sie bei all diesen Hilfen manchmal die Sorge, dass sowas wie eine Mentalität eingreift, ich muss mich nicht anstrengen, der Staat wird es schon richten für mich? Salopp formuliert? Ich hoffe nicht, dass das stärker um sich gereicht. An und für sich, muss man sagen, können wir stolz sein auf die Österreicherinnen und Österreicher, weil wir eine nach wie vor hohe Leistungsbereitschaft haben. Aber es ist schon richtig, wenn der Staat immer alles richtet, dann kann das auch leistungshemmend sein. Aber bei der Pandemie ist es notwendig, es zu tun. Und jetzt in einer derartigen schwierigen Situation, wo dem vielen Menschen wirklich das Geld hinten und vorne fällt, ist es auch wichtig, dass der Staat eingreift. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosenquote nach wie vor. Wir haben ein nach wie vor gutes Wirtschaftswachstum. Möge es so bleiben, sage ich da dazu. Und das sind einmal Indikatoren, die an und für sich gut sind. Und wir sind aus der Pandemiesituation eigentlich gestärkt herausgegangen, wirtschaftlich. Und ich hoffe, dass das auch jetzt so sein wird. VWB ist ein gutes Stichwort. Damit werden wir uns dann gleich nach der Werbepause beschäftigen. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück mit dem Club 3 und mit Clubobmann der ÖVP, August Wöginger. Herr Wöginger, es hat die ÖVP das Arbeitsjahr im Herbst jetzt mit einer Wallfahrt gestartet. Muss die ÖVP schon beten, damit sie nicht zerbröselt? Beten schadet nie. Und wir haben voriges Jahr begonnen, in Mariazell sozusagen die Herbstarbeit einzuleiten. Und wir waren jetzt letzte Woche am Sonntagberg, wunderschöne Basilika. Und wir waren damit ungefähr der Hälfte der Mandatare Wallfahrten, weil es auch für die Abgeordneten eine sehr, sehr herausfordernde Zeit ist. Und es schadet nicht nach unserem christlich-sozialen Ansinnen, dass man sich auch den Segen von oben holt für eine sicherlich herausfordernde Zeit. Das ist ein Hilfsausdruck herausfordernd. Es sind jetzt Landtagswahlen in Tirol. Es wird allgemein gerechnet mit einer wirklich vernichtenden Niederlage der ÖVP. Niederösterreich sind alle schon nervös vor der nächsten Wahl. Bundespräsidentschaft, da haben Sie gewählt, gar nicht erst anzutreten. Die ÖVP ist in einer tiefen Krise. Auf Platz 3 mittlerweile wieder in allen Umfragen hinter der FPÖ. Wie wollen Sie da wieder herauskommen? Also Umfragen sind wie Parfum. Man soll daran schnuppern, aber man soll es nicht trinken. Wie Sie hoch waren, haben Sie es ganz gern auch getrunken. Ich habe immer geschnuppert dran. Und in Tirol werden am Sonntag einmal die Tirolerinnen und Tiroler entscheiden, wer das Land weiterführen soll. Ich war ein paar Tage auf Urlaub im Zillertal und muss sagen, dieses Land steht hervorragend da. Es wird von der Volkspartei in der Hauptverantwortung regiert, seit eh und je. Das heißt, die Tirolerinnen und Tiroler können sich wirklich freuen, in diesem Land zu leben, wo die Infrastruktur hervorragend da ist. Das ist das Tourismusland Nummer eins. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Menschen in diesem Land auch zufrieden sind. Und wie gesagt, entscheiden werden die Tirolerinnen und Tiroler. Das heißt, die Tiroler ÖVP hat alles richtig gemacht, wie bei Ischgl gern gesagt. Man macht nie alles richtig im Leben, auch in der Politik nicht. Es passieren natürlich auch Fehler, aber ich würde einmal sagen, so wie das Land dasteht, ist es ein starkes Bundesland, ein starkes Tourismusland mit einer guten Wertschöpfung. Und das, glaube ich, ist das, was die Menschen in Tirol schon auch wissen. Darf ich da einhaken? Jetzt regiert die Tiroler ÖVP seit dem Zweiten Weltkrieg, also das Ende des Zweiten Weltkriegs, mit einer dramatischen Übermacht. Und da gibt es eigentlich nichts. Also das Fest in schwarzer Hand, dieses Bundesland. Jetzt lassen wir das schnuppern beiseite. Alle Umfragen bescheinigen schon einen dramatischen Absturz von 44 Prozent, möglicherweise auf knapp über 30 oder irgendwas in den Dreiern, manche sagen sogar unter 30. Wie ist das trotzdem zu erklären? Hat ja auch der Bund seinen Beitrag geleistet durch diverse Krisen und färben die Umfragen am Bund dann auch auf Tirol ab? Oder was war es klar? Wie ist Ihre Einschätzung? Bei der letzten Landtagswahl 2018 wurde kräftig zugelegt. Das muss man dazu sagen, ein sicherlich auch Höchststand mit fast 45 Prozent erreicht. Und man darf die letzten zweieinhalb Jahre nicht ganz ausblenden. Die Pandemie, dann die ständige Krisensituation, da ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, manchmal auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung da. Und das wirkt sich halt immer stärker auf die Regierenden aus, als wir auf die Oppositionsparteien. Und das spüren wir im ganzen Land. Und daher ist es unsere Aufgabe, die Menschen doch davon zu überzeugen, dass wir alles tun, um ihnen zu helfen, um sie zu unterstützen. Das passiert auch in Österreich, auch in Tirol. Das muss man dazu sagen. Aber sicherlich, die Zeit ist eine Herausfordernde für die Politik, keine Frage. Jetzt ist Ihre Generalsekretärin Laura Sachslehner eigentlich mit einem großen Knall zurückgetreten. Stimmt es, dass Sie, weil Sie hat sich ja sehr kritisch dem Klimabonus für Asylwerber ausgeäußert und gemeint, das könne die ÖVP eigentlich nicht mittragen. Stimmt es, dass Sie da vorher eine heftige Diskussion mit ihr gehabt haben? Gar nicht. Ich habe mit ihr keinen Kontakt gehabt. Ich sage nur dazu, wenn jemand sich dafür entscheidet, eine Funktion zurückzulegen, dann würde ich mir wünschen, dass man es anders macht. Als die Kollegin Sachslehner das getan hat. Aber es ist ihre Entscheidung und die ist zu respektieren. Und zum Inhalt, ich meine, wenn wir Pakete schnüren, und es geht jetzt um die ökosoziale Steuerreform, dann ist das die größte Entlastung wiederum, weil man halt die Progression dazu nimmt, die wir seit Jahrzehnten haben. Und da hält man sich daran. Ich habe das selber mitverhandelt und das, was man ausverhandelt hat, zu dem steht man. Sie haben die Frau Ex-Generalsekretärin zurückgepfiffen, haben gesagt, es sei vereinbart. Im Nachhinein betrachtet, ist es gescheit, Klimabonus an AsylwerberInnen auszuzahlen? War das ein schmerzlicher Kompromiss für Sie oder ist es inhaltlich gerechtfertigt? Natürlich war es ein Kompromiss. Und da braucht man nicht lange raten, dass das nicht unser Wunsch war. Aber es ist so, in der Politik muss man auch Kompromisse machen, möchte aber schon die Zahlen auch kurz darlegen. Also den Klimabonus und den Antiteuerungsbonus bekommt die gesamte Bevölkerung. 500 Euro die Erwachsenen und 250 Euro die Kinder. Man muss ein halbes Jahr gemeldet sein in Österreich. Das heißt, die gesamte Bevölkerung. Und bei dieser Gruppe reden wir von 5000 Menschen und 1800 Kindern. Also wir zahlen ungefähr 4,5 Milliarden aus für den Klima- und Antiteuerungsbonus. Und da reden wir von einer Summe unter 3 Millionen. Jetzt kann man das kritisieren. Wie gesagt, es sind Kompromisse notwendig in der Politik, damit man auch so große Pakete insgesamt zusammenbringt. Aber man darf die Relation nicht verlieren. Sehen Sie diesen Richtungsstreit in der ÖVP, der nach dem Rücktritt von Sachslehner manchmal zitiert wurde? Also quasi zwischen harten türkisen Law-and-Border-Menschen und zwischen dem anderen Teil der ÖVP, der sagt Flüchtlinge willkommen etc.? Nein. Also eigentlich war die Diskussion auch schnell beendet. Natürlich ist es etwas, was nicht unser Wunsch war, was von Koalitionspartnern hier hineinverhandelt wurde. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man sagt, das bekommen ihn alle, dann kann man nicht einfach auch gewisse Gruppen so einfach hier herausfiltern. Und ja, es war ein Kompromiss. Aber wenn man etwas ausmacht, dann muss man dazu stehen. Okay. Ich wollte dieselbe Frage stellen, würde aber gerne noch einmal anschließen. Also mir ist zumindest aufgefallen, dass die Generalsekretärin schon längere Zeit so, ich würde nicht sagen, unguided war, aber doch eigenständig immer wieder auch den Koalitionspartner ins Visier genommen hat. Also zumindest bekam ich da entsprechende Nachrichten immer zugeschickt via Mail. Zeigt das nicht doch, dass irgendwo intern da auch eine Art Problemzone entstanden ist in der Koalition? Weil das Generalsekretär, kann man jetzt nicht sagen, das ist ein Hinterpänkler von der 17. Reihe links, das ist ja doch die Parteimanagerin gewesen. Hat das Probleme intern verursacht? Ich meine, die Generalsekretärin hat natürlich auch eine spezielle Aufgabe, sozusagen das Profil der Partei zu schärfen. Also da dürfen wir nicht immer auch ganz zimperlich sein. Das muss man schon sagen. Auch innerhalb der Koalition nicht. Aber unser Bestreben ist natürlich, dass wir das, was wir vereinbart haben, dass wir das auch gemeinsam abarbeiten und umsetzen. Das ist das eine. Das zweite, diese Koalition funktioniert nach wie vor sehr gut. Da gibt es gute Achsen, die da da sind. Und die funktionieren. Und was wir an Beschlüssen, an Gesetzen umgesetzt haben, das ist eigentlich noch nie da gewesen in Österreich. Wir haben in dieser Legislaturperiode über 1000 Gesetze verabschiedet im Parlament. Und wir haben Pakete auf den Weg gebracht, die es so noch nie gegeben hat. Viel geschuldet der Pandemie, viel geschuldet auch der jetzigen Situation. Aber wir arbeiten hier auf Hochtür. Und das sind doch zwei Parteien, die ja durchaus unterschiedliche Ansätze bei vielen Themen haben. Das ist so und das verschweigen wir ja auch nicht. Aber das, was wir weiterbringen, das kann sich sehen lassen. Und die Menschen können sich auch auf diese Regierung weiterhin verlassen, weil wir noch viele Dinge auch abzuarbeiten haben. Jetzt gibt es für viele Wähler einen Elefant im Raum, der ja erstaunlicherweise momentan kaum ein Thema ist. Das ist die ungeregelte Migration. Am Burgenland merkt man das jetzt mittlerweile schon extrem stark. Interessanterweise hat ja Sebastian Kurz sehr viele Punkte gemacht, indem er dieses Thema aktiv aufgegriffen hat, da auch Wählerschichten von der FPÖ zur ÖVP ziehen konnten. Jetzt ist das Thema wirklich virulent, also eigentlich viel virulenter als zu Zeiten des Sebastian Kurz. Und jetzt schweigt die ÖVP fast dazu, hat man den Eindruck. Nein. Oder wollen Sie mit dem Thema jetzt keine, also der FPÖ nicht mehr die Wähler abjagen, so wie es Sebastian Kurz gemacht hat? Also inhaltlich hat sich da bei der Volkspartei nichts geändert und der Innenminister sagt ja auch das ganz klar. Also dass wir hier alles, was wir rechtlich ausschöpfen können, auch tun. Aber es ist halt einmal so, dass wir derzeit hauptsächlich Flüchtlinge aus Indien und Pakistan bekommen. Da geht es auch um die Visafreiheit im ehemaligen Jugoslawien, also in Serbien und auch in der Türkei. Dann das Schlepperwesen, man muss den Schleppern das Handwerk legen, das ist ganz entscheidend. Und natürlich müssen wir alles tun, um hier nicht einen zusätzlichen Anziehungsfaktor hier zu gestalten. Zum Zweiten muss man aber sagen, wir haben derzeit auch fast 60.000 Ukrainerinnen zum Großteil mit Kindern im Land. Also ich möchte das schon auch trennen. Die einen Sonderstatus haben, nur zur Erklärung. Genau, die einen Sonderstatus haben als Vertriebene durch die Kriegssituation in der Ukraine. Aber inhaltlich haben wir die Position nicht geändert. Wie stehen denn Sie dazu? Es gibt manche, die sagen, man sollte jetzt auch Flüchtlingen aus Russland einen Sonderstatus geben. Wie stehen Sie dazu? Also ich glaube, wesentlich ist einmal, dass den Ukrainen geholfen wird, weil es war schon der russische Präsident, der diesen Angriffskrieg gestartet hat. Also Putin ist der Aggressor und das muss man immer wieder betonen. Also wir haben eine Situation, die ja fast die ganze Welt durcheinander bringt, weil hier ein Machthaber, also hier eine gewaltige Macht ausübt und da diesen Krieg begonnen hat. Also der Schutz gilt einmal in erster Linie jenen, die angegriffen wurden und da hilft Österreich auch in einem großen Ausmaß. Jetzt darf ich noch einen kleinen Punkt noch zu Russland. Es gibt immer wieder Umfragen, eine aktuelle, wahrscheinlich vom IFTT, dass die Menschen immer stärker gegen, also sagen wir so, die Sanktionen hinterfragen. Da gibt es auch in der Politik Stimmen, die das fordern. Ist das reiner Populismus? Wie sehen Sie diesen Punkt? Ich weiß schon, es ist eigentlich schwer möglich, als einzelner Staat diese Sanktionen aufzuheben, aber generell haben Sie Verständnis, dass man das hinterfragt? Ja, Verständnis für die Menschen, die natürlich sagen, wie ist das, bringt uns das wirklich das, oder können wir Putin sozusagen hier in die Knie zwingen? Aber die Sanktionen sind trotzdem alternativlos, weil es ist die einzige Möglichkeit und das einzige Mittel, das hier Europa hat, um aufzuzeigen, es ist falsch und es kann nicht richtig sein, was Putin hier tut. Und natürlich muss man die Sanktionen evaluieren. Man muss schauen, haben sie nach wie vor Wirkung und schaden sie nicht uns selber mehr als Russland. Das ist richtig, das muss man tun, aber die Sanktionen sind alternativlos. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir als demokratische Staaten oder als Europa insgesamt den Druck aufrechterhalten können gegenüber Russland. Jetzt muss man natürlich sagen, von all diesen Themen, Migration haben wir angesprochen, Zweifel an den Sanktionen, aber auch Impfung und Impfpflicht, kann eine Partei wirklich profitieren? Das ist die FPÖ. Überlassen Sie nicht doch als ÖVP auch ganz stark dieses Feld der FPÖ, die ja bei der Tiroler Landtagswahl jetzt auch ziemlich gut abschneiden wird wahrscheinlich? Die FPÖ ist immer schon eine Protest-Sammelpartei gewesen. Also wenn irgendwas wo nicht passt, dann versucht man diese Wähler zusammen zu sammeln. Und der Kickl ist da der Zeremoniummeister. Das war er früher als Generalsekretär und heute als Partei- und Klubobmann. Ich frage mich nur, wenn man sich auch Parlamentsdebatten näher anschaut und wir bekommen da wahnsinnig viele negative Rückmeldungen, weil sich dieser Sektor der Freiheitlichen mittlerweile schon so aufführt, dass die Präsidenten mit den Ordnungsrufen zum Teil nicht mehr nachkommen, um hier gewisse Themen einfach zu trommeln. Ich halte es gerade in Zeiten wie diesen für völlig unangebracht. Und es ist eigentlich, die Politik sollte gerade in einer Zeit, wo es sowieso schwierig ist, wo es herausfordernd ist, mehr zusammenstehen. Und ich weiß auch nicht, warum gerade die SPÖ und die FPÖ eigentlich fast keine dieser Maßnahmen mitbeschlossen hat. Also weder die Familienbeihilfenerhöhung noch den Klima. Die Freiheitlichen haben beim Klima und Antiteuerungsmaß übrigens mitgestimmt. Für Asylwerber auch. Auch für die Asylwerber. Die Freiheitlichen haben das mitbeschlossen, die Erhöhung für die Asylwerber und auch den Antiteuerungsbonus. Und da war diese Gruppe dabei, die Grundlage hat sich nicht geändert. Das heißt, das haben sie wahrscheinlich übersehen, keine Ahnung. Aber jedenfalls haben sie es mitbeschlossen. Und dann will man davon nichts mehr wissen. Aber ansonsten sind de facto fast keine Maßnahmen mitgetragen worden. Und ich habe mich einmal gefragt, warum stimmt eine freiheitliche Partei, die damals mit uns gemeinsam den Familienbonus eingeführt hat, einer Erhöhung nicht zu? Also wenn 1.500 Euro gut sind, müssten eigentlich 2.000 Euro noch besser sein. Oder warum stimmt die SPÖ einer zusätzlichen Familienbeihilfe nicht zu, wo wir schon zig Anträge gehabt haben, dass die Familienbeihilfe angehoben werden soll, valorisiert werden soll. Was wir im Übrigen auch jetzt tun. Wir valorisieren die gesamten Familien- und Sozialleistungen. Also dieses Verhalten der Oppositionsparteien und insbesondere der FPÖ, dass ich auf die Frage wieder zurückkomme, ist für mich so nicht nachvollziehbar. Es ist einfach, wir sind einmal dagegen. Und das, was Kickl verfolgt, ist uns schon klar. Er will einfach Menschen, die irgendwie unsicher sind oder auch derzeit unzufrieden sind, die will er einfach zusammensammeln. Aber zu den Demos, zu denen er aufgerufen hat, also dass hier das Volk auf die Straße gerufen wird zum Protest, das ist auch eine gefährliche Situation, die da entstehen kann. Aber ist die FPÖ nicht vielleicht sogar professioneller im Bewältigen von innerparteilichen Krisen als die ÖVP, wenn man denkt, bei Ihnen gab es ja nicht einen Rücktritt von jemandem, sondern einen Selbstmordversuch und nach zwei Tagen war das Thema erledigt? Natürlich. Und das wird man sich aus meiner Sicht auch noch einmal näher ansehen müssen. Aber ja, man muss ja sagen, die Opposition muss sich ja sonst mit nichts beschäftigen. Wir haben die ganze Zeit beschäftigt, die Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, dieser Krise entgegenzuwirken, dass wir nur Gas eingelagert haben, dass die Wirtschaft, sozusagen der Wirtschaftskreislauf auch gut am Leben erhalten bleibt. Also wir arbeiten ja de facto rund um die Uhr, damit wir den Menschen, der Wirtschaft, dem Standort hier auch unter die Arme greifen. Das ist unsere Aufgabe. Und die Opposition hat natürlich viel Zeit, um andere Dinge zu machen. Herr Klubbobmann, ich habe ja neulich das Vergnügen gemacht, das Regierungsprogramm durchzulesen. Das wirkt ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Es steckt kein Wort von Corona drinnen, weder von Ukraine, Energie, Spannung, also nichts davon mit all den Dingen, mit denen sie sich beschäftigen, wird dort erwähnt. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Regierung noch ungefähr zwei Jahre arbeiten. Wäre es nicht gescheiter zu sagen, wir schmeißen dieses Regierungsprogramm weg und wir verhandeln jetzt sieben, acht, neun, zehn, was weiß ich, wie viele Punkte, denen wir uns in den verbleibenden zwei Jahren widmen? Sie haben vollkommen recht, da steht nichts drinnen vor Corona und auch nicht von einer Kriegssituation in Europa mit schrecklichen... Nulldefizit steht da noch drinnen. ...Auswirkungen, ja, hätten wir auch gehabt. Wäre man nicht wissen. Muss man dazu sagen, weil wir eigentlich eine gute Entwicklung gehabt haben. Aber sei es darum, wir leben seit zweieinhalb Jahren in diesem Krisenbewältigungsmodus und wir verabschieden lauter Gesetze, die wir nicht besprochen haben bei der Regierungsbildung. Aber dennoch würde ich das Regierungsprogramm schon gerne auch abarbeiten. Vor allem jene Punkte, die man sich ausgemacht hat auch und die halt noch ausstehen. Aber ungefähr zwei Drittel haben wir ja parallel dazu auch erledigt. Also die größten Reformvorhaben sind abgearbeitet, aber es stimmt, es sind einige noch offen. Und jetzt werden wir halt schauen, was bringen wir neben der ganzen Situationsbewältigung noch zusammen. Aber ich bin der Guter Dinge, weil die Bilanz kann sich sehen lassen. Die Zusammenarbeit funktioniert nach wie vor gut und daher werden wir auch die letztlichen Punkte angehen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und werden uns danach auch noch mehr damit beschäftigen, wie vergiftet das Klima durch die EU-Ausschüsse ist jetzt und innerhalb der Parteien. Bleiben Sie dran. Wir sind wieder zurück mit dem Club 3 und mit Clubobmann der ÖVP, August Wöginger. Herr Clubobmann, es gibt jetzt einen wahnsinnig langen Urausschuss. Sie selbst sind Beschuldigter, die ganze Partei, die ÖVP ist beschuldigt. Welche Lehren zieht man eigentlich aus diesem Ausschuss? Ich meine, ich finde das wirklich überhaupt nicht in Ordnung, wie der Titel dieses Untersuchungsausschusses überhaupt lautet. Hat Ihr eigener Koalitionspartner, mit dem Sie sich sonst ganz gut verstehen, aber auch mitbeschlossen? Nein, er hat sich mitbeschlossen. Er war nicht bereit, das zu bekämpfen beim Verfassungsgerichtshof, weil es kann eine Minderheit den Untersuchungsgegenstand auch mit dem Titel einbringen. Und das hat die Opposition gemacht. Und ich finde das einfach gegenüber unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, gegenüber unseren zigtausend Funktionären und Funktionären, die wir haben, von der Gemeindeebene über die Bezirks- und Landesebene bis hinauf zum Bund, finde ich das einfach überhaupt nicht okay. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man hier nur eine Partei sozusagen herausklammert und sagt, was hat da alles nicht gepasst, was hat da alles nicht in Ordnung. Wir stellen uns dieser Aufgabe, aber wir wissen das schon auch zu werten für die Zukunft. Also nur wenn ich jetzt hernehme, die Wiener Energie etc., wir werden dort auch überall genau hinschauen müssen, wie das genau abgelaufen ist, was da passiert ist. Zum Beispiel auch wie Personalbesetzungen dort ausgeschaut haben. Also wir nehmen da schon auch etwas mit für die zukünftige Arbeit. Das heißt, Sie zeigen jetzt auch andere an, zum Beispiel in der Stadt Wiener? Nein, wir schauen jetzt einmal, was da die Ermittlungen ergeben. Aber der Untersuchungsausschuss hat eigentlich die Aufgabe, die politische Verantwortung zu klären. Und die wird auch im Fall der Wiener Energie aus meiner Sicht zu klären sein, weil einmal die Daten und Fakten auf dem Tisch liegen. Aber wir beteiligen uns konstruktiv am Untersuchungsausschuss. Und es wird hier eine Füllzahl an Akten versucht abzuarbeiten, was eigentlich schon fast nicht mehr möglich ist. Meines Wissens sind jetzt mehrere Millionen an Seiten hier sozusagen auch angeliefert worden. Aber wir wollen uns konstruktiv an der Arbeit im Untersuchungsausschuss beteiligen. Wie es da drinnen manchmal zugeht, das ist gut, dass das die Öffentlichkeit nicht immer mitbekommt. Aber ja, es ist so. Es ist ein parlamentarisches Kontrollinstrument und es ist wichtig, dass wir das haben. Ich verstehe jetzt, dass Sie gerne ablenken wollen zur Wiener Energie. Aber kommen wir nochmal zurück. Die ÖVP ist Beschuldigte. Sie steht unter Korruptionsverdacht. Sie selbst werden als Beschuldigter geführt, so wie große Teile der ÖVP-Parlamentspräsident Sobotka, Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er kommt kommende Woche vor den U-Ausschuss. Wäre es nicht dringend notwendig, dass Sie die ÖVP auch einmal distanziert, quasi einen Neuanfang macht und sagt, wir wollen wirklich aufarbeiten? Natürlich. Daher beteiligen wir uns wie auch daran. Teils, teils. Thomas Schmid war bis heute nicht vom U-Ausschuss. Ja, der Thomas Schmid ist nicht die ÖVP. Er war immerhin Generalsekretär im Finanzministerium. Er hat viele Chats geschrieben und war, wir wissen es alle, Bussi, Bussi. Er war ein hoher Angestellter, aber er war nie ein ÖVP-Funktionär. Das möchte ich mal festhalten. Das ist das eine. Aber vertraut mit vielen ehemaligen ÖVP-Spitzenpolitikern. Ja, er war natürlich auch in dieser Position, keine Frage. Und wie gesagt, es soll alles auf den Tisch. Und wenn jemand etwas zu verantworten hat, was nicht okay ist oder was strafrechtlich relevant ist, dann hat man die Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber in den letzten Tagen haben wir wieder zwei wesentliche Einstellungen gehabt bei dem Verfahren. Der Kabinettschef im Finanzministerium und vor wenigen Tagen auch die Kollegin Steinacker, die ja auch als Beschuldigte geführt hat, wo ermittelt wurde durch die WKSt. Und das Verfahren ist jetzt eingestellt. Justizsprecherin der ÖVP. Justizsprecherin, ja. Und ich meine, das haben wir jetzt schon auch am laufenden Band. Es wird ermittelt und dann werden die Verfahren eingestellt. Wir mischen uns da nicht ein. Die Justiz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soll ihrer Aufgabe nachkommen, keine Frage. Aber man muss schon auch die Dinge dann bis zu Ende auch sehen. Und wir freuen uns darüber, dass die Verfahren eingestellt werden, keine Frage. Weil das auch heißt, dass hier die Vorwürfe, die aber massiv in den Raum gestellt wurden, wo tagelang berichtet wurde, sich als falsch herausstellen. Da darf ich doch ganz kurz noch einhaken. Ihr Kollege, der Parteikollege Andreas Hanger, der Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, hat einmal gesagt, in der WKStA gäbe es linke Zählen. Denn auch der Ex-Kanzler Kurz hat einmal gesagt, die Justiz sei in gewissen Bereichen rot eingefärbt. Fühlt sich die ÖVP da zu Unrecht und auch politisch verfolgt durch Teile der Justiz? Teilen Sie die Einschätzung? Das, was wir als ungerecht empfinden, ist die Art und Weise, wie dieser Untersuchungsgegenstand aufgebaut ist und bis hin zum Titel. Das ist das, was uns natürlich schmerzt und was wir auch als ungerecht empfinden. Alles andere, die Justiz soll ermitteln. Die Justiz soll ihre Aufgabe machen. Aber wie gesagt, wir haben schon, wir haben eine Vielzahl an Beschuldigten, aber auch mittlerweile eine Vielzahl an Einstellungen bei dem Verfahren. Jetzt, wie ist eigentlich Ihr Verhältnis da zur Justizministerin Zaditsch? Hat man übersehen, dass sie mal bei der Peter-Pilz-Partei war, weil sie dazwischen auch quasi durchaus Interesse gehabt hat, bei der ÖVP anzudocken vor vielen Jahren. Hat man Sie unterschätzt? Wir haben ein korrektes Verhältnis zueinander, auch in der Zusammenarbeit. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man ja nicht mit der Ministerin jetzt in Verbindung bringen, den Untersuchungsausschuss. Der ist aus meiner Sicht, was den Gegenstand, ich habe das schon gesagt, ist, das finden wir unfair und auch überschießend. Aber mit der Ministerin arbeiten wir korrekt zusammen. Viele Vorwürfe, auch viele Korruptionsvorwürfe, Wurzeln quasi in Postenschacherei, dass gesagt wird, die Partei, auch Sie persönlich, hätten Parteifreunde bevorzugt. Warum ist das in Österreich so ein ewiges Thema? Und was tun Sie als ÖVP dagegen, dass man da wirklich zu korrekten, objektiveren Verfahren kommt? Also was mir da vorgeworfen wird, ist das, dass ich ein Bürgeranliegen weitergeleitet habe. Von einem Parteifreund? Ja. Wir haben Sprechtage. Und da kommen auch Parteimitglieder. Aber nicht nur bei uns. Das ist auch bei der SPÖ und bei der FPÖ. Und ich habe das ja schon mehrmals betont, mehr habe ich nicht gemacht. Und der Bürgeranliegen weiterleiten. Also wenn man das nicht mehr tun darf, dann muss man das auch ganz klar sagen, weil dann können wir auch keine Sprechtage nicht mehr halten. Ich bin in der Politik noch so erzogen worden, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wählerinnen und Wähler auch da sind, wenn sie Anliegen haben. Und mehr war es nicht. Aber es soll so sein, wie es ist. Ich habe damit auch kein Problem. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das strafrechtlich relevant ist. Das heißt, Sie rechnen damit, dass alle Verfahren gegen ÖVP und Ex-ÖVP-Politiker eingestellt werden? Das kann ich nicht sagen. Da fehlen mir die Hintergründe dazu. Ich stelle nur fest, dass eine Vielzahl an Verfahren jetzt gegenüber ÖVP-Politikerinnen und Politiker eingestellt wurden und werden. Eines kommt zur Anklage gegen die offensichtlich in relativer Kürze gegen die ehemalige Familienministerin Sophie Kammerzin. Was war da Ihre Wahrnehmung? Was können Sie sagen zu angeblich gefälschten Umfragen, Geldern, die damit vergeudet wurden? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen, weil ich nichts davon weiß. Okay. Sieht man nicht doch lehrend raus? Ich weiß, die ÖVP ist natürlich eine extrem föderale Partei, wo man ja nicht eine Parteireform einfach so drüber stülpen kann. Aber gibt es Überlegungen, dass man eben eine Lehre zieht aus diesem U-Ausschuss, um die Partei, dass man quasi, wie es die Eva Linsinger zuerst gesagt hat, eine Art Reset-Taste drückt und sagt, okay, wir versuchen wirklich größtmögliche Transparenz gegen Freundalwirtschaft, Parteibuchwirtschaft und so weiter? Das tun wir schon. Wir haben das Parteiengesetz novelliert, neu beschlossen im Juli. Die Parteiförderung. Zur Erklärung. Die Parteiförderung, genau. Also wir haben dort viele neue Maßstäbe auch gesetzt. Wir sind ja eigentlich auch mittendrin in diesem Prozess. Und klar, man muss sich das einmal anschauen. Andere Parteien wie die SPÖ hat ja hier die Struktur vor Jahren einmal verändert. Und ja klar, wir werden uns das im Detail auch anschauen. Darf ich da noch eine Zusatzfrage stellen? Sie haben eingangs erwähnt, die ÖVP war auf einer Wahlfahrt und hat dort um den Segen gebeten für einen Herbst von oben, also Segen von oben für den spannenden Herbst. Wenn man den Gedanken weiterspinnt und ich denke jetzt an all diese Ermittlungen, auch wenn jetzt aktuell keine Anklage stattfindet gegen ÖVP-Politiker und vieles eingestellt wird, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch nicht aus Jux und Tollerei. Und dann gibt es ja B noch diese Rechnungshof-Geschichte mit den Wahlkampfkosten, Verzeihung, die schon einmal dramatisch überschritten wurden. Auch 2019 hat der Rechnungshof sagt dann, wir glauben euch das nicht. Damals war der Herr Nehammer, war der Parteimanager und zuständig. Ist das ein Glaubwürdigkeitsproblem, dass man nachvollziehen kann, weil auch die Vertrauenswerte der Regierung, vor allem der ÖVP, sinken dramatisch und wäre es da nicht, um auf den Gedanken zurückzukommen, eine Einkehr einmal wichtig und zu sagen, okay, so können wir einfach nicht mehr weiter agieren. Das sind ja letztlich Steuergelder. Also gerade Karl Nehammer hat damals als Generalsekretär akribisch darauf geachtet, ich kann mir nur erinnern, dass die Wahlkampfkosten eingehalten werden. Ist ihm nicht besonders gut gelungen, muss man jetzt sagen. Es ist ihm schon gelungen und wir sind ja gerade dabei, dass auch mit dem zusätzlichen Wirtschaftsprüfer, der jetzt auch da ist, dass wir das auch gemeinsam durchgehen und auch aufklären. Aber uns würde ja eigentlich vorgewerfen, dass im Vergleich zum EU-Wahlkampf es nicht glaubhaft ist, dass wir da mehr Geld ausgeben haben, als wir im Nationalratswahlkampf. Und das ist relativ leicht zu erklären, weil im EU-Wahlkampf haben wir bekanntlicherweise ein paar Kandidaten, die bundesweit unterwegs sind und wir haben einen Vorzugstimmenwahlkampf geführt mit den Kandidatinnen und Kandidaten und das hat natürlich auch diese Kosten in großer Motto verursacht. Also das lässt sich schon erklären, aber wie gesagt, wir beteiligen uns auch konstruktiv an dieser Aufklärungsarbeit. Es ist jetzt ein zusätzlicher Wirtschaftsprüfer da und die Bundesgeschäftsführung unterstützt das und tut alles, damit hier auch die Dinge aufgeklärt werden. Wenn man sich das anschaut, poppen ja von Wien bis Bregenz ständig neue Skandale und Affären auf Förderungen an Vorfeldorganisationen der ÖVP, wie gerade in Tirol etc. Alle Experten, Expertinnen sagen, die beste Waffe gegen Korruption ist Transparenz. Die Regierung ist das große Transparenzpaket noch schuldig. Kommt das noch mit Informationsfreiheit etc. Steht auf der Agenda, also Informationsfreiheitsgesetz, auch andere Transparenzgesetze, wollen wir abarbeiten, keine Frage. Wir müssen aber das auch mit den Ländern und Gemeinden ausdiskutieren. Das ist uns wichtig, gerade was auch die Infofreiheit anbelangt. Aber ja, das steht auf der Agenda und zu dem, was Sie noch gesagt haben, bezüglich unserer Vorfeldorganisationen. Also ich glaube gerade, wo es jetzt auch das Erkenntnis war bei den Jungbauern, also im Vorarlberg war es zu Recht ausbezahlt und in Tirol nicht. Also das hängt sehr stark auch zusammen. Wie ist die Struktur aufgebaut? Ist es dann eine, sozusagen eine angehängte Organisation? Ja oder nein? Also wir haben da schon auch ein zweigeteiltes System und ja, das wird man sich anschauen müssen, ob man hier die Struktur abändern muss. Das tun wir auch. Aber ich sage nur dazu, es gibt auch Fälle, wo sozusagen auch klargestellt wurde, dass es zu Recht diese Ansuchen gegeben hat. Noch einmal zurück zur Informationsfreiheit. Und gerade Bürgermeister, Ländergemeinden sind ja dagegen. Wie lange wollen Sie das noch blockieren lassen und können Sie jetzt versprechen, das kommt noch in der Legislaturperiode? Wir sind da im intensiven Austausch, aber es bringt uns ja nichts, wenn wir das gegen den Willen auch der Länder und der Kommunen machen. Das heißt, es muss hier eine Lösung, eine Kompromisslösung gefunden werden. Ich will nur einmal kurz zurückkommen auf den U-Ausschuss. Es betätigen sich ja Jan Greiner und Stephanie Grisper quasi so ein bisschen als Stefan Kläger der Republik. Wie vergiftet ist das Klima zur SPÖ beziehungsweise zu den NEOS? Das heißt, wie schwierig wird es sein, nach einer Nationalratswahl eventuell mit einer der beiden Parteien oder mit beiden zu koalieren? Also ich würde mit den beiden Abgeordneten, die Sie genannt haben, nicht das verallgemeinern auf die jeweils gesamte Partei. Also wir haben schon funktionierende Achsen, auch zur SPÖ und überhaupt auch zu den NEOS. Also das möchte ich schon betonen. Aber es gibt einzelne Abgeordnete, die da besonders aktiv sind. Jetzt gibt es auch eine Justizreform, die die Ministerin Zadlisch auf den Weg bringen will, wo es auch einen Bundesstaatsanwalt geben soll. Es heißt aber, dass die ÖVP auch bei der Justizreform, dass man da mit den Grünen uneins ist. Wo steht das jetzt momentan? Man muss das größer sehen. Also da geht es nicht nur um den Bundesstaatsanwalt alleine, sondern da geht es auch um die parlamentarische Kontrolle und überhaupt auch um alles rundherum im Justizbereich, was man da berücksichtigen muss. Und da sind wir bereit, natürlich da die Gespräche auch zu führen. Aber der Bundesstaatsanwalt alleine ist zu wenig. Es geht schon um das Gesamte. Gerade die Frage Bundesstaatsanwaltschaft war ja auch zwischen den Parteien lange kontrovers diskutiert. Was erhoffen? Erwarten Sie sich denn davon? Ich will da jetzt den Verhandlungen nicht vorgreifen. Wir sind da zu den Gesprächen bereit. Meines Wissens sind die auch schon im Laufen. Aber wie gesagt, uns geht es da um mehr als ausschließlich um den Bundesstaatsanwalt. Es geht um parlamentarische Kontrolle dazu. Und wie gesagt, insgesamt auch Reformen im Bereich der Justiz bis hin zu den Beschuldigtenrechten. Also es ist eine größere Reform. Apropos Reform. Die Frau Sadic hat im Jänner, glaube ich, angekündigt für das erste Quartal ein verschärftes Antikorruptionsgesetz. Es gibt einen Entwurf, das weiß ich schon seit Dezember. Aus dem Ministerium heißt es, die ÖVP würde das blockieren. Und deswegen geht nichts weiter. Wie ist da der Stand der Dinge? Und was entgegnen Sie da, dass dieses Antikorruptionsgesetz, jetzt haben wir schon bald Ende 2022, noch nicht steht? Also meines Wissens befindet sich das nur in einem Verhandlungsstatus. Und ja, so ist es. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es wird weiterhin verhandelt. Also keine Blockade der ÖVP? Nein, das ist so, dass halt so Gesetze, die da immer entstehen sind, das ist auch ein Verhandlungsprozess, der da notwendig ist. Und manche verschiebt sich derzeit auch aufgrund der aktuellen Situation, das muss man dazu sagen, weil ja ständig auch andere Dinge wieder mitzugestalten sind, mitzuverhandeln sind aufgrund der derzeitigen Situation. Ich würde gerne noch einen thematischen Switch machen zur Bundespräsidentschaftswahl. An dieser Wahl nimmt die ÖVP quasi aus der Zuschauerposition teil. Wollen und werden Sie eine Wahlempfehlung abgeben? Wie die SPÖ im Übrigen auch, ja. Also wir sind nicht alleine. Und den EOS, Sie sind nicht die Einzigen, ja. Nein, Wahlempfehlung gebe ich keine ab. Aber weil aus meiner Sicht die Wählerinnen und Wähler hier mündig genug sind, vor allem die ÖVP-Wähler, dass sie wissen, wem sie ihre Stimme geben. Aber ich kann nur sagen, ich finde, dass der Bundespräsident seine Arbeit gut macht. Und ich kann das auch aus der Zeit sagen, wo ja die Regierung abgewählt war. Und aus meiner Sicht hat der Van der Bellen dort einen sehr guten Job gemacht als Bundespräsident. Das möchte ich schon dazu sagen. Eine indirekte Wahlempfehlung quasi. Nein, die Wähler sind mündig, aber ich schätze den Bundespräsidenten sehr und auch seine Arbeit. Ich habe neulich mit der Frau Imgert Gries gesprochen, ehemalige OGH-Präsidentin und auch Bundespräsidentschaftskandidatin. Bei der, glaube ich, 2016 war es natürlich. Die hat mir gesagt, sie findet es eigentlich schrecklich, dass die staatstragenden Parteien, SPÖ und ÖVP, niemand nominiert haben. Und dann mehr oder weniger seriösen Kandidaten das Feld überlassen. Was entgegnen Sie so einer Kritik? Es ist nicht das erste Mal, dass wenn ein Bundespräsident zur Wiederwahl antritt, dass nicht alle Parteien hier Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen schicken. Also ich kann mich erinnern, das war auch bei Glästil so, es war bei Heinz Fischer so. Also es ist jetzt nicht wirklich eine Seltenheit. Was anderes ist natürlich, wenn also die Amtszeit ausgelaufen ist oder sich der Bundespräsident entscheidet, nicht mehr anzutreten, dann wäre es auch eine andere Situation. Und keine Frau im Rennen. Ja, das ist natürlich ein Mangel. Die Wiederwahl von einem amtierenden Bundespräsidenten ist immer ein bisschen ein Krampf, wenn ich das so salopp formulieren darf. Es gibt deswegen Reformvorschläge. Manche sagen, man sollte die Amtszeit verlängern auf acht Jahre, damit man sich diese Zwitterrolle zwischen Amtsinhaber und Wahlkampf und noch dazu nicht nur seriöse Kandidaten, jetzt einmal sehr vorsichtig gesprochen, erspart. Halten Sie etwas von diesen Vorschlägen? Sollte man da Reform machen? Also ich glaube, sechs Jahre ist eine lange Zeit, das muss man sagen. Aber für den Bundespräsidenten sicherlich angemessen. Und ja, wenn es eine Wiederwahlmöglichkeit gibt, dann muss man auch wieder wählen. Ich glaube, man kann nicht sagen, man ist im Dauerbetrieb gewählt. Man lässt die Wahl aus. Es kann ja auch eine Zweidrittelmehrheit oder quasi Vollversammlung im Nationalrat und Bundesrat geben. Wir haben die Direktwahl, in Deutschland ist es anders, wie wir wissen. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Das ist nicht etwas, was man über Nacht ändert. Ein Thema haben wir ganz zum Schluss noch, das haben wir bisher ausgelassen, das ist Corona und Impfpflicht. War es eigentlich ein Fehler, die Impfpflicht damals einzuführen? Weil das hat ja eine unfassbare Polarisierung dann ausgelöst in der Bevölkerung. Und nicht befeuert, dass die Leute wirklich impfen gehen. Also gleich vorweg, es sind unsicher Fehler passiert. Und ich habe immer gesagt, es gibt keine Checklisten und kein Handbuch, wenn auf einmal eine Pandemie über das Land hereinbricht, was wir seit 100 Jahren nicht mehr gehabt haben. Also da passieren natürlich auch Fehler, keine Frage. Meiner Meinung nach war die Impfpflicht zu dem Zeitpunkt Ende 2021 gerechtfertigt. Weil wir haben dort die Delta-Variante gehabt und erinnern wir uns zurück Ende November, wo die Spitäler sozusagen an den Rand der Belastbarkeit gedrängt wurden. In meinem Heimatbundesland, in Oberösterreich, in Salzburg. Und es war eigentlich alternativlos, hier wieder einen Lockdown zu verhängen, weil die Spitäler es nicht mehr geschafft haben. Und das war immer mein Parameter und auch unser Indikator insgesamt, wie schaut es in den Spitälern aus. Und dann ist Omikron gekommen. Omikron, Gott sei Dank, mit milden Verläufen, dass man halt ein paar Tage krank ist, aber das hält man aus, ohne dass man ein Spital aufsuchen muss. Und natürlich haben wir ja auch mittlerweile Medikamente. Und die Impfung hat insofern Wirkung gezeigt, weil sich der Durchimmunisierungsgrad dementsprechend angehoben hat. Und wenn man mit Expertinnen und Experten das spricht, dann ist das das wesentliche Element, dass sich dieses Virus abschwächt. Und dass die Erkrankungen nicht mehr so intensiv sind. Und daher ist Omikron natürlich anders zu bewerten als Delta. Aber zur Impfpflicht, die wurde eigentlich entschieden, wo Delta am Höhepunkt war und wir eigentlich überall zusperren mussten. Und daher war es aus meiner Sicht gerechtfertigt. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank, muss man sagen, eine andere Situation. Die Menschen, die an Corona erkranken, können das Großteils zu Hause gut auskurieren. Und das ist auch das Wichtige. Daher ist diese Impfpflicht nicht mehr notwendig. Und daher haben wir sie wieder weggegeben. Wir haben jetzt den dritten Corona-Herbst. Können Sie versprechen, das wird der erste Winter ohne Lockdown? Nein, ich kann da gar nichts versprechen, Frau Linsinger. Weil niemand weiß, wie sich das wirklich noch entwickelt. Ich hoffe nur. Ich hoffe und das wünsche ich uns allen, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Wir haben zwar steigende Zahlen wahrscheinlich. Aber wenn die Menschen das gut überstehen können zu Hause und auch mit den Quarantäneregeln, die wir jetzt haben. Ja, wenn ich krank bin, dann bleibe ich daheim. Wie wenn ich eine andere Erkrankung habe, dann geht man nicht in Torwart oder irgendwo hin. Und da soll es genauso sein. Und dass man gegenseitig schon Rücksicht nimmt aufeinander, das glaube ich, das ist noch angebracht. Aber wichtig wäre mir, und das ist auch mein Wunsch, dass wir unser Leben wieder so leben können, wie wir es gewohnt sind, auch mit Corona, jetzt im dritten Jahr. Und das ist das, was ich mir wünsche. Kann ich da noch eine Zusatzfrage stellen? Ich weiß, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht kann man das... Verzeihung. Es ist heute eine aktuelle Studie gekommen, wonach die Österreicher sinngemäß, denen ist Corona mittlerweile wurscht. Das mit der Rücksichtnahme, das erkenne ich so nicht, wenn ich mit den Öffis fahre zumindest. Es gibt aber auch Experten, die sagen, es könnten... Also wir haben definitiv neue Varianten, werden wir bekommen. Wahrscheinlich werden die Impfstoffe, die wir jetzt haben, sich wirken. Aber herrscht nicht doch eine gewisse Sorglosigkeit auch in der Politik und in der Bevölkerung? Also mit der Rücksichtnahme habe ich gemeint, wenn ich an Corona erkranke, dass er mich nicht in einem Bus rein sitze, in der Wirtshaus gehe oder am Arbeitsplatz, da dann womöglich noch jemand anderen anstecke. Das habe ich gemeint mit Rücksichtnahme. Weil da gibt es nämlich schon auch eine Eigenverantwortung. Es muss nicht alles immer der Staat richten. Man darf einen Hausverstand einschalten und sagen, wenn ich krank bin, dann will ich eigentlich nicht jemand anderen anstecken. Also das beginnt beim Schnupfen über die Grippe, über andere Erkrankungen, die ansteckend sind. Und das gehört eigentlich auch bei Corona dazu. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Das wird nicht weggehen. Das bleibt leider da. Und es wird uns immer wieder auch in stärkeren Phasen wahrscheinlich beschäftigen. So wie das die Grippe eigentlich auch ist. Jetzt haben wir eine Situation, die ist vergleichbar. Das war früher nicht so. Weil da hat es ja auch eine Partei gegeben, die behauptet hat, das war immer schon wie die Grippe. Nein, stimmt nicht. Zu Beginn sind viele Menschen daran gestorben. Die Spitäler sind explodiert. Und daher waren die Maßnahmen andere. Aber jetzt wünschen wir uns eben, dass diese Situation so bleibt, wie sie ist. Dass die Erkrankungen mit milden Verläufen gut zu Hause auskuriert werden können. Aber wie gesagt, Hausverstand ist wichtig. Wenn man krank ist, bleibt man zu Hause. Wenn man sich gesund fühlt, dann kann man sich überall hinbewegen. Herr Klubbermann, liebe Kollegen, danke für die Diskussion. Und Ihnen daheim danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.